Und jetzt ZDF Hysterie. Guten Abend. 60 Jahre Kriegsende. Ein schöner Grund, mal wieder eine Sendung zu machen über Hitler. Speer und er. Und er. Und er. Und er. Von Heinrich Breleur. Richterin Barbara Saläsch bei den Nürnberger Prozessen. Sie kennen mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Ha, das wollen wir ja nochmal sehen, Herr Göring. Großartig Speer, mit Ihnen baue ich das tausendjährige Reich. Tja, aber das ist noch nicht alles, mein Führer, passen Sie mal auf. Ha, brillant Speer, Sie sind ein Genie. Mensch, Leute, lass mich hier nicht hängen. Doch Geld zu verteilen hier, wer ist der Typ? Ein Anrufer, okay, alles klar. Okay, wer ist der Typ? Hat Deutschland zwölf Jahre regiert und in den Ruin getrieben. Wer ist das? Äh, Kohl? Nein! Und gleich bei Arte. Et prochainement. Jean-Jacques Bidet tanzt. Jean-Jacques Bidet danst. Das Kriegsende. La fin de la guerre. Wir zeigen Ihnen jetzt noch nie gezeigte Kriegsbilder, die zu Recht noch nie gezeigt wurden, weil sie langweilig sind. Eine Spiegel-Reportage von mir. So, Leute, 60 Jahre Kriegsende und die Frage ist, wo liegt der Fehler? Die beiden Fotos, seht ihr, sind nicht ganz gleich. Wo liegt der Fehler? Was ist da verschieden? Na, guckt euch das rechte Foto an, da müssen auch sämtliche Luftschutz-Sirenen klingeln hier. Na. Diese Kuppelspeer, gigantisch. Na, aber das ist nicht alles, mein Führer, passen Sie mal auf. Ha, brillant Speer, Sie sind ein Genie. Und sehen Sie nächste Woche in ZDF Hysterie eine weitere Sendung über Hitler.